Jeder Tierhalter sorgt sich um die Gesundheit und das Wohlergehen seines Lieblings. In der Kleintier- und Pferdepraxis von Dr. Ingrid Schmidburg nimmt man sich mit Hingabe und der nötigen Sorgfalt der kleinen und großen Beschwerden ihrer Tiere an. Zu den umfangreichen Leistungen der Ordination gehört das gesamte Spektrum der Behandlungsmethoden wie interne Medizin, Orthopädie, die Blutanalyse im hauseigenen Labor sowie Akupunktur. Ein ganz besonderer Schwerpunkt von Dr. Schmidburg ist die Pferdepraxis. Um auch bei Pferden eine exakte Diagnose stellen zu können, ist die Ordination in der Weststeiermark technisch immer auf dem neuesten Stand. Die Ausstattung besteht unter anderem aus einem mobilen digitalen Röntgen sowie einem digitalen Ultraschallgerät. Damit kann Dr. Schmidburg österreichweit agieren. Wenden auch Sie sich im Falle einer Erkrankung oder eines Unfalls an die berufene Kleintier- und Pferdepraxis von Dr. Ingrid Schmidburg. Weitere Informationen finden Sie unter www.hundkatzpferd.at 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 www.hundkatzpferd.at